Hallo zusammen, heute geht es wieder weiter mit dem Thema, dass Lebensmittel Medizin sind und in dem Zusammenhang behandle ich ja verschiedene Krankheiten, Zivilisationskrankheiten und deswegen spreche ich heute über das metabolische Syndrom. Das metabolische Syndrom beschreibt ein Zusammentreffen von vier verschiedenen Krankheitsbildern und diese Krankheitsbilder gehören allesamt zu den Wohlstandskrankheiten oder auch zu den Zivilisationskrankheiten und diese vier Krankheiten, die zähle ich euch jetzt mal auf, weil dann versteht ihr schon, warum die auch zusammengehören, warum die zusammenpassen. Das ist einmal das Übergewicht, natürlich dann auch in Folge der Adipositas, dann der Bluthochdruck, der Diabetes Typ 2 und Fettstoffwechselstörungen. Und das ist dann das sogenannte tödliche Quartett, weil es eben vier Krankheitsbilder sind und die alle münden letzten Endes in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die in Deutschland und weltweit die meisten Todesfälle immer noch verursachen. Das etwas schwierige auch wieder an diesem metabolischen Syndrom, um es zu erkennen, ist, dass es eben halt auch wieder schleichend beginnt, wie die meisten Krankheiten aus der Kategorie der Zivilisationskrankheiten. Ja, meist beginnt es mit einem erhöhten Bauchfettanteil oder auch nur mit leichtem Übergewicht. Und dazu kommt meistens dann auch noch eine Insulinresistenz, die allerdings nicht bemerkt wird, wie zum Beispiel das Bauchfett vielleicht auch nicht, weil es ist ja dran gewohnt und jeder hat es vielleicht. Ja, und dann kommt noch der Bluthochdruck dazu, der ja auch oft nicht erkannt wird, weil die Begleiterscheinungen vielleicht dann auf den anstrengenden Alltag zurückgeführt werden. Und dazu zählen dann Unruhe, Stimmungsschwankungen, auch Verdauungsbeschwerden, Schlafstörungen bis hin zu leichten Kopfschmerzen und weitere Befindlichkeitsstörungen. Die Fettstoffwechselstörungen bestehen aus zum Beispiel erhöhten Triglyceriden oder Neutralfetten und aus erhöhten Cholesterin werden, also Gesamtcholesterin ist vielleicht erhöht. Das LDL-Cholesterin ist im Verhältnis zum HDL-Cholesterin zu hoch. Im Übrigen nur zur Info, das Schlechte bezeichnet man als LDL-Cholesterin und das Gute als HDL-Cholesterin. Hier wieder meine Esensbrücke, hab dich lieb Cholesterin, deswegen das Gute, finde ich ganz niedrig. Und das Wichtige bei diesem Gesamtcholesterin ist natürlich das Verhältnis vom Schlechten zum Guten. Und das wird auch ausgerechnet und meistens sind dann einfach auch die Werte nicht mehr so, wie sie sein sollen. Und die Zuckerstoffwechselstörungen, die manifestieren sich als Diabetes Typ 2. Und zusammenführen diese vier Faktoren, ich hab's ja schon mal gesagt, zu den Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch zum Schlaganfall. Das metabolische Syndrom kommt fast ausschließlich durch einen ungesunden Lebensstil zustande. Das heißt also, wenn ihr euch entscheidet, anders zu leben, dann werdet ihr darunter nicht leiden müssen. Und dazu kommen halt die Faktoren wie falsche Ernährung, körperliche Inaktivität, Stress, Alkohol und natürlich auch noch Rauchen dazu. Auch die spielen bei der Entstehung dieses metabolischen Syndroms natürlich auch noch eine wichtige Rolle. Jetzt kann ich einfach nur hoffen, dass dir dieses Wissen bereits hilft, dass du dich von diesem metabolischen Syndrom zu schützen weißt. Bei diesem tödlichen Quartett helfen nämlich eine. Tja, vollwertige pflanzliche Ernährung, viel körperliche Bewegung und Stressvermeidung, die natürlich auch dann gleichzeitig wieder das Abnehmen unterstützen. Ja und unter dem Video, da findest du nicht nur die Literaturhinweise, sondern auch viele zusätzliche Tipps, wie du deinen Körper wieder auf gesund programmieren kannst. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du kennst vielleicht ein paar Leute, die eben auch möglicherweise dazugehören können. Und ehrlicherweise sind es ganz, ganz viele, so älter ab 40, glaube ich, ist das schon ziemlich heftig, dass mindestens eins oder zwei, vielleicht aber auch vier von diesen Symptomen vorhanden sind. Teile es. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, dann kannst du das hier tun. Ansonsten wünsche ich dir Gesundheit und dass du glücklich bist und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.